Tobi, dein 1 zu 0 war so etwas wahrscheinlich so ein bisschen wie der Dosenöffner, denn die Kickers hatten sich ganz schön verschanzt. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, war genau das Spiel, was wir erwartet haben. Die stehen extrem tief und warten eigentlich auf unsere Fehler. Zum Glück haben wir relativ früh das 1 zu 0 gemacht, kann keiner an, dass ich auch von außerhalb schießen kann, wusste, glaube ich, keiner hier. Danach hatten wir es, glaube ich, einfach, weil die überhaupt nichts nach vorne gemacht haben, haben gut den Ball laufen lassen und völlig verdient auch in der Höhe, glaube ich, gewonnen. Zwei Spiele jetzt, zwei Siege, Tabellenführer zumindest jetzt bis zum nächsten Spieltag, die Pokalpause kommt dazu. Was macht denn SVB in Wiesbaden diese Saison bisher in den ersten Beinspielen aus? Ja, ich glaube, gerade die Geschlossenheit und der Teamgeist, wenn man sieht, gerade wie wir nach den Toren zusammen jubeln, glaube ich, und nach dem Spiel die Arme hochreißen und wie einer für den anderen Gas gibt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor dieses Jahr und das haben wir in den ersten Beinspielen gut unter Beweis gestellt und das muss auch unsere Stärke bleiben. Dankeschön.